Hallo zusammen und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von RIP ONE. Wir befinden uns in Waltrupp im Flexfit und machen gemeinsam einen Rundgang durch das Studio. Kommt mal mit! Hi! Hi! Alles klar? Ja, bei dir. Dankeschön auch. Freut mich, super viel Spaß! Danke! So, wir gehen erstmal in die Kabine. So sieht die Männerkabine zumindest aus. Nachdem wir in der Kabine waren, zeige ich euch jetzt die Trainingsfläche. Hier ist unser Cardio-Bereich. Liegefahrräder, Sitzfahrräder, Crosstrainer, Laufbänder und Stairmaster sind da die wichtigsten. Und hier ist unser Mobility Cube. Hier kann man den Übungen machen, Mobility Übungen machen. Eine geile Sache. Es gibt immer bei jeder Station, das sind zehn Stationen insgesamt, bei jeder Station gibt es so einen QR-Code. Man kann den Code lesen, dann wird die Übung einmal vorgezeigt. Im Handy sieht man das alles. Das kann man passend für sich einstellen. Schön regelmäßig dehnen. Auch eine interessante Sache hier im Studio, wir haben die Tanite Waage. Die kann deine Werte messen und dadurch kannst du auch deine Fortschritte auf jeden Fall festhalten. Hier ist auch ein Launch-Bereich. Eine von drei Bereichen. Einmal neben der Theke, einmal unten. Im AT Athletics Bereich zeige ich euch gleich. Hier sind die geführten Geräte. Die sind optimal für jeden Einsteiger. Die Geräte sind alle einfach zu bedienen. Die Bewegung ist vorgegeben. Deswegen sind die, wie gesagt, optimal für Einsteiger. Ich zeige euch zum Beispiel von den Maschinen hier meine Lieblings-Brustmaschine von Gym 80 natürlich. Die Geräte sind alle von Gym 80. Zack. Ich finde die Maschine wirklich so gut fürs Brusttraining. Und hier ist unser VE-Bereich. VE-Geräte sind voll elektronische Kraftgeräte. Die werden von unseren Trainern für unsere Kunden eingestellt, individuell angepasst. Du nimmst die Karte, hältst die Karte hier dran, dann stellt sich das Gerät für dich ein und dann kannst du dein Training erledigen. Wir haben hier so einen kleinen Zirkelbereich. Eine geile Sache, wir bekommen immer die neuesten Geräte von Gym 80. Zum Beispiel, wir haben hier den Prototyp direkt bekommen. Das war das erste Studio, was dieses Gerät bekommen hat. Das stehende Abduktion-Gerät. Ich zeige euch einmal die Maschine, falls einer von euch das noch nicht gesehen hat. Schön für den Booty. Zack. Hier geht es weiter. Auf der linken Seite haben wir die Kurzhantel. Bis zu 60 Kilo haben wir. Ich glaube, 60 reicht auch. Bühnen braucht vielleicht ein bisschen mehr als 60, oder? Und unsere Kabelart-Station. Du kannst alles hier dran machen. Zum Beispiel richtig schön latt. Also das Ganze auch zum Beispiel einarmig machen. Oder von vorne ziehen. Butterfly, Reverse. Aufgemacht. Richtig. Du kannst hier alles machen. Ähnlich wie auf der anderen Seite. Aber du hast hier eine Fußablage. Dann bist du fixierter. Das geht hier entlang weiter. Ich zeige euch einmal die Flachbandrücken-Maschine. Von Gym 80 die Bohrekraft Strong Flachbandrücken-Maschine. Die hat eine Droploaded-Funktion. Das Gewicht liegt jetzt vorne, wie man das sehen kann. Sagen wir mal, du hast hier ein paar Wiederholungen gemacht. Und am Ende kannst du nicht mehr. Und du willst ein Dropset machen. Dann drückst du hier drauf. Und dann ziehst du das nach unten. Das Gewicht rutscht nach hinten. Und dadurch hast du ungefähr 30% weniger. Und du kannst dann dein Dropset machen. Davon haben wir eins, zwei, drei, vier Maschinen. Die Negativ-Bankdrücken-Maschine. Einmal Schultern. Und einmal die obere Brustmaschine auch. Wir haben drei Beinpressen. Eins, zwei, drei und zwei Hackenschmidt. Also Beintraining mache ich fast immer hier in diesem Studio. Aber erstmal zeige ich euch die zwei Kursräume. Dann gehen wir nach unten. So, das ist unser erster Kursraum. Und hier verbringe ich auch Zeit. Ich mache die Kurse nicht mit. Ich gebe Kurse. Ich gebe Eurobekurse. Ich gebe seit ungefähr vier oder fünf Jahren Eurobekurse. Ich mache jeden Dienstag um 19 Uhr den Fat Burner. Also, falls ihr Lust habt, könnt ihr gerne kommen und mitmachen. Dann seht ihr mich auch Eurobek-Training machen. Das ist unser zweiter Kursraum. Ich pose sehr gerne hier wegen den Spiegeln. Wir hatten sehr oft viele gute Bodybuilder in diesem Kursraum, die ihr Posing-Training geübt haben. Der Dennis Wolf war mit vielen Athleten hier bei uns im Studio. Und die haben alle hier schön gepostet und ihre Kühen auch geübt. Jetzt zum Lady-Bereich weiter. Hier dürfen nur Damen trainieren. Aber wir machen jetzt eine Ausnahme und gehen auch rein. Hier sind auch ein paar Geräte. Die gibt es auch vorne. Aber hier können die Frauen auch in Ruhe trainieren. Es sind sogar auch zwei Cardio-Geräte drin. Und unser Booty-Meiser. Ich liebe diese Maschine. Schön in den Booty rein. Ich finde es sehr angenehm, dass die Maschine so einen Gürtel hat. Gerade, wie ihr seht, das Studio ist ziemlich leer um die Uhrzeit. Also ich kann euch empfehlen, wenn ihr in Ruhe trainieren wollt, könnt ihr um die Uhrzeit kommen. Deine Meinung zum Fitnessstudio? Also ich finde das Flexit sehr toll. Der Keller, ich finde den Keller super. Vor allem die Hip-Ross-Geräte hat nicht jedes Gym. Ja, der Ladies-Bereich finde ich auch sehr toll. Dass man halt auch einfach, vor allem wenn man anfängt, erstmal in den Ladies-Bereich gehen. Dort ein bisschen mich einfinden. Also man hat ja eine sehr gute Auswahl. Und alle sind wirklich super lieb. Genau. Hier haben wir die Sabrina. Deine Meinung zum Fitnessstudio? Beste Studio, was es gibt. Und seit wann trainierst du in dem Studio? Das müssten jetzt schon so vier, fünf Jahre sein, die ich jetzt hier bin. Vor allem im anderen Fitnessstudio. Mir wurde das hier empfohlen und dann bin ich hier gelandet. Ich bin sehr zufrieden. Danke dir. Gerne. Der Bereich ist übrigens nicht nur für Leute, die Kosttraining oder Gewichtheben machen, interessant, sondern auch für Kampfsportler. Seht ihr sofort wie so. Wir haben einen Ring tatsächlich im Studio, Boxsäcke und wir haben einen der besten Trainer, der Armin. Der gibt jeden Mittwoch und jeden Montag, ja, Boxfit-Kurs um 18 Uhr. Ja, wir gehen erstmal zu dem Kursraum. Hier finden unsere Cross-Training-Kurse statt. Genug Glutbilder sind hier. Cardio-Geräte, auch jede Menge, ähm, jede Menge Racks auf jeden Fall. Plus die Laufbahn da. Und um Wasser aufzufüllen, musst du nicht den ganzen Weg nach oben gehen, denn wir haben hier auch einen Wasserspender. Kaltes Wasser mit Sprudel oder ohne ist auch da. Oben haben wir Wasser auch mit verschiedenen Geschmäcken. Das Studio hat von 7 bis 22 Uhr in der Woche auf und am Wochenende von 8 bis 20 Uhr. So, wir haben immer Trainer da, ähm, also falls ihr hier anfangen wollt und euch nicht sicher seid und nicht wisst, wie ihr anfangen wollt, wir haben immer einen Trainer oder mehr sogar, ähm, auf der Fläche. Ihr könnt uns gerne immer ansprechen und ihr bekommt auf jeden Fall Hilfe. Hier ist die liebe Leonie. Wir erklären euch einmal, was für Tarife wir hier im Studio haben. Also falls ihr bei uns trainieren möchtet, einmal aufpassen. Genau. Wir haben ganz verschiedene Tarife bei uns im Studio. Wir haben einmal den monatlich kündbaren Tarif, der liegt bei 38,57. Wir haben aber auch einen Jahrestarif, der liegt bei 29,90 monatlich. Und wir haben auch einen Zweijahrestarif bei 25,57. Also ich denke, da ist für jeden auf jeden Fall was dabei. Eins darf natürlich nicht fehlen. Der. 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 Der.